Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute wollen wir uns das Goldmaterial mal ein bisschen genauer angucken, weil ich finde es ist ein schönes Beispiel, was man alles mit Materials machen kann, wenn man nur Texturen benutzt. Und diese Textur hier, ihr seht, ist wirklich nicht so allzu schwer, sag ich mal. Sieht tatsächlich einfach nur so aus. Dieses karierte oder gekachelte Dingens ist wirklich nur reine Durchsichtigkeit. Also in Wirklichkeit ist es einfach nur so leicht goldgesprenkelt überall. Mehr ist das tatsächlich hier nicht. Und das ist tatsächlich unser komplettes Material. Mehr haben wir nicht. Um diese wunderbare Goldkugel bzw. diesen Goldquader zu erstellen, ist Render ein bisschen länger. So, also wie ihr gerade schon gesehen habt, hier unten könnt ihr umswitchen mit den einzelnen Dingern. Also ich finde es wirklich extrem mächtig, was man alles machen kann. Ihr seht, die Texturen, die müssen wirklich gar nicht so stark sein. Die kriegt man auch oft kostenlos bei Google Bilder oder sowas. Und dann kann man sie hier drin, also achtet auch darauf, dass ihr sie benutzen dürft. Vorsicht, da gibt es teilweise natürlich Richtlinien, dass man die nicht einfach so benutzen darf. Und dann kann man hier drin extrem viel damit machen und wirklich auch eigene coole Materials erstellen, die so toll aussehen hier, wie dieses Gold. Also ihr seht hier, das sieht wirklich, naja, okay, ich habe noch nie wirklich viel Gold in echt gesehen, aber es sieht zumindest so aus, wie ich mir Gold vorstelle. Und daher ist es gar nicht mal so schlecht. So, und zwar, was wir heute machen, ist folgendes. Nämlich hier dieses Metallic, das ist sozusagen der Key zu diesem Ding hier. Ihr seht, Specular ist komplett nicht da. Das heißt, der Default ist bei 0,5. Das heißt, es ist so 50% Specular, also es blendet schon oder es ist schon ein bisschen spiegelnd, aber die Magie liegt sozusagen hinter diesem Ding hier. Okay, also ein Texture Sample kriegt ihr dann hier aus der Palette logischerweise. Texture Sample findet ihr hier unten unter Texture. Und damit könnt ihr dann eine Datei, eine Textur wirklich benutzen. Also hier seht ihr es, ihr dürft dann hier eine Textur auswählen, einfach anmarkieren und dann hier auswählen, Textur, bla bla bla. Und was ihr samplen möchtet, im Normalfall immer die Farbe. Es gibt natürlich auch noch den Grayscale. Also mit Color meine ich RGB, beziehungsweise die komplette Color und den Alpha-Wert. Aber man kann natürlich auch noch hierher gehen und die Graustufen benutzen. Das macht in manchen Fällen Sinn. Aber in den Normalfällen wollt ihr natürlich hier die Farbe nehmen. So, und was jetzt hier dann gemacht wurde, wir haben die zweimal benutzt. Und zwar einmal hier oben für die Base Color, was zu dem anderen Pfad passiert, da sage ich gleich noch was dazu. Die geht in B rein. Metallic wird einfach auf 1 gesetzt, weil Gold einfach ein festes Metall ist, also komplett Metall ist. Wenn ich das jetzt mal auf 0 setze, können wir uns mal angucken, was... Ja, okay, ich könnte es natürlich auch negativ setzen. Ich kann es aber auch einfach mal auf 0 setzen. Dann seht ihr, wie es dann aussieht. Das sieht dann aus wie so ein bisschen Schweizer Käse oder sowas. Und deswegen setzt man hier Metallic auf 1 normalerweise. Man kann es natürlich auch noch höher setzen, zum Beispiel auf 5. Aber das sieht dann auch wieder komisch aus. Beziehungsweise sieht aus wie auf 1, glaube ich. Also normalerweise eben Werte von 0 bis 1. Und ja, dann sehen wir hier, wir haben es auch noch für die Roughness benutzt. Also hier, der Pfad, den kann man ja verfolgen. Hier einmal durch dieses Lerp, durch was das ist, gleich mehr dazu. Dann zurück, hier auch nochmal das Texture Sample, Multiplied mit dem, was hier oben bei rauskommt. Zudem auch gleich noch mehr. Ja, so, was machen wir jetzt hier also bei der Roughness? Wir Lerpen. Und Lerpen ist ziemlich cool. Das ist nämlich eine Art Blending. Man kann auch drüber fahren. Steuerung, Alt gibt euch mehr Informationen. Lineare Interpolation ist es sozusagen. Das bedeutet, wir nehmen als A 0,5, also den Wert 0,5 und als B nehmen wir den Wert 0,3. Und als Alpha-Wert nehmen wir das aus dem Alpha-Kanal von der Textur. Also das hier ist ja der Alpha-Kanal, den nehmen wir einfach und packen den hier mit einem Multiply von oben drüber, dazu gleich mehr, in diesen Alpha-Kanal hier rein. Alpha bedeutet Durchsichtigkeit. Das heißt, wie durchsichtig, also ihr habt ja gerade hier die Textur gesehen, nochmal ganz kurz zurück, hier diese gekachelten Dinger, das ist alles Durchsichtigkeit. Das heißt, man kann ein bisschen durch die Textur durchgucken, was ja bei Gold irgendwie eher komisch ist, aber macht durchaus Sinn, wenn wir an die Roughness gehen, denn die Roughness ist ja einfach ein Wert zwischen 0 und 1. So, und jetzt sagen wir hier bei dem Lerp einfach, hey, wir nehmen, wenn wir hier drüber fahren, übrigens Steuerung, Alt, dann erzählt er euch das eigentlich auch nochmal. Wir nehmen einfach die Intensität von unserem Alpha, also wie stark ist das Alpha bei unserer Textur und dann können wir sagen, wir definieren einen Übergang, einen feinen Übergang zwischen 0,3 und 0,5. Also diese, ja, ich sollte vielleicht Ctrl-Alt wieder loslassen, egal. Zwischen diesen beiden Werten hier, mittels diesem Alpha. Wir können auch gerne mal hier die Werte einfach anpassen, also zum einen mal auf 1 setzen hier. Und dann sehen wir hier, okay, es ist immer noch ganz okay, aber es sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus, weil, ja, wir können nochmal ganz kurz zurücksetzen. So, hier sieht man dieses blau oder dunklere ein bisschen besser und das liegt daran, dass wir hier eben einen Alpha-Kanal haben, sprich dieses Material lässt ein bisschen was dunkleres durchscheinen. Und das ist irgendwie cool, deswegen benutzen wir das. Wenn wir jetzt aber hier diesen 0,3 zu tief stellen, zum Beispiel auf 0,01 oder sowas, dann sehen wir, okay, wir haben hier vielleicht ein bisschen viel von diesem glossy Material und dadurch lassen wir zu viel durchscheinen. Also das bestimmt im Endeffekt, wie glossy oder wie viel Reflektion von dieser dunklen Umgebung wir hier haben. Und wenn wir das wirklich sehr niedrig stellen, dann haben wir eben viel von dieser Reflektion und wenn wir das so auf 0,3 setzen, dann ist das eigentlich ganz okay. Wenn wir hier weniger Reflektion haben wollen, können wir hier natürlich die 0,5 auch einfach auf 0,7 setzen. Also das heißt, es wird schön dazwischen geblendet. Okay, 0,7 war irgendwie zu viel. Ich fand, glaube ich, 0,6 ganz hübsch. Ja, so kann man es doch mal lassen. Okay, so, jetzt haben wir natürlich hier immer noch nicht dieses Multiply, was hier von oben jeweils kommt, also einmal hier in diesen Alpha-Kanal und einmal hier in dieses, was auch immer das ist, was in Base-Color reingeht. Haben wir immer noch nicht geklärt. Okay, hier haben wir jetzt folgendes gemacht. Wir haben hier einfach eine graue Farbe erstellt und die sozusagen unten drunter gelegt. Also ganz unten und die wird jetzt geblendet mit dem Alpha-Kanal, also sozusagen einfach ein Alpha drüber gelegt und dem Wert 1,0 ist es hier. Also b ist 1,0, das ist sozusagen der Wert und dann haben wir eben dieses graue Dingens oben drüber und das wird jetzt mit dem, was hier von kommt, geblendet. So, was heißt das jetzt, dieses geblendet? Wir nehmen sozusagen den Wert, der, das habe ich eigentlich gerade eben hier unten schon mal erklärt, es ist im Prinzip genau derselbe Effekt. Wir nehmen den Wert, der da durchschimmert. So, und jetzt, was sind das jetzt hier für Texturen? Da haben wir einmal eine T-Makro-Variation. Hier haben wir, was haben wir hier? Auch die T-Makro-Variation und hier auch eine T-Makro-Variation. Das heißt, jedes Mal, ähm, haben wir nicht, na egal, ähm, auf jeden Fall können wir hier draufklicken und mal wieder genau angucken, was das jetzt hier ist. Das ist einfach nur irgendwie so ein bisschen, naja, was ist das jetzt genau? Das ist so ein bisschen der Mischmasch, damit am Ende das auch wirklich bei rauskommt. Also, ähm, ihr habt ja hier gesehen, dieses, äh, dieses Gold hat hier diese komischen dunkleren Stellen und die spiegeln eben quasi die Umgebung wieder. Und das ist aus dieser Textur hier entnommen, diese T-Makro-Variation. Das ist das, was wir durchsehen. Das ist einfach nur irgendwelche, ähm, irgendwelche Zufallsbilder eigentlich, die man hier bekommt. Und die könnt ihr eigentlich relativ, äh, relativ einfach selber erstellen unter Photoshop oder Gimp oder sowas. Kann man die super selber machen. Ähm, dazu aber jetzt hier nicht mehr. Was wir jetzt hier aber genommen haben ist, wir haben ja jedes Mal eigentlich denselben Wert hier genommen. Also, diese T-Makro-Variation ist immer, äh, eigentlich dasselbe. Und warum sieht die jetzt hier immer anders aus? Der Trick dabei ist jetzt, wir haben hier die Koordinate zwar genommen, die Tech-Koort, also quasi, wo wir, ähm, wo wir samplen wollen, an welcher Stelle. Das ist okay. Da nehmen wir einfach diese Tech-Koort 0. Aber wir haben sie hier jeweils noch mit was multipliziert. Und zwar hier einmal mit 0,21, einmal mit 0,05 und einmal mit 0,002. Und dadurch kriegen wir einfach völlig andere Stellen innerhalb unserer Textur. Das heißt, innerhalb dieser T-Makro-Variation, weil die ja relativ groß ist, also, äh, wirklich sehr, sehr groß ist. Und dadurch bekommen wir hier eben komplett unterschiedliche Stellen, addieren hier 0,5 drauf und dann können wir das hier drauf multiplizieren. Warum das Ganze so gemacht wurde? Keine Ahnung, ich bin kein Designer. Ich wäre wahrscheinlich selber auch nicht drauf gekommen, das genau so zu machen. Aber es gibt immer mehrere Wege, die zum Ziel führen. Und diese Farbe hier ist eigentlich relativ hübsch geworden. Ähm, wie gesagt, man nimmt hier einfach eine Textur, benutzt die als Alpha-Kanal und dann sagt man hier, okay, ich nehme natürlich auch noch die Gold-Textur, die ich habe und nutze deren Alpha-Kanal auch noch mit. Also dieses, äh, karierte, was wir hier hatten. Das heißt, hier wird eine komplette Textur, das, hier ist ja überhaupt keine Durchsichtigkeit drin. Ähm, und hier wird sozusagen die Textur komplett als durchsichtig benutzt. Während hier sagen wir, das Durchsichtige in der Textur wird als durchsichtig benutzt. Das ist dieser Alpha-Kanal hier unten. Ihr seht, hier nehmen wir immer den Rot-Kanal, weil wir immer nur eine Farbe brauchen. Es ist völlig egal, welche Farbe, weil das Ding ist ja komplett schwarz-weiß. Oder, naja, nicht ganz schwarz-weiß, aber man kann es auf jeden Fall schwarz-weiß lesen. Deswegen nehmen wir hier einfach nur einen Wert, um dann eben besser damit rechnen zu können. Und der wird dann hier eben durchgeschleust und bis hin zur Base-Color bzw. zur Roughness. So, ähm, ja, das war jetzt eine kurze Einführung dazu. Ich hoffe, ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf die Normalen eingehen und da möchte ich euch auch mal kurz das Ding hier zeigen. Das ist ziemlich cool und so sehen normale, äh, Normal-Maps eigentlich immer aus. Ähm, und zwar, wir haben hier eigentlich immer diese kleinen Hügel, die so seltsam bläuel, also eigentlich ist alles blau, aber dann haben wir hier so ein Rot und so ein Grün. Das bedeutet, an der Stelle zeigen die normalen Vektoren, also quasi die Vektoren, die senkrecht auf dieser Ebene stehen. Was bedeutet senkrecht? Naja, ähm, senkrecht bedeutet, im 90-Grad-Winkel stößt sich der Vektor nach oben sozusagen ab. Das heißt, die Normale, wenn ich jetzt hier mal diesen Würfel mir angucke, die Normale von dieser Linie hier geht in etwa so rüber. Also da sieht man eigentlich auch, dieser X-Vektor ist die Normale für diese Ebene hier. Der Z-Vektor ist die Normale für diese Ebene hier, also dieser blaue Vektor hier, den ihr nicht wirklich gut sehen könnt. Und der Y-Vektor ist die Normale für diese Ebene hier. Also immer senkrecht drauf, also quasi der Y-Wert steht so nach hinten bzw. so nach vorne und steht deswegen senkrecht auf dieser Fläche hier vorne drauf. So, und jetzt hat man super gut die Möglichkeit mit so einer Normal-Map zu sagen, hey, ich möchte hier andere Normalen sozusagen simulieren. Eigentlich ist dieser komische Bobbel hier ja komplett flach. Also so ein Cube, den ich hier auswählen kann, der ist komplett flach, der kann gar nichts. Aber mit dieser Normal-Map kann ich sozusagen so tun, als, also später in den Berechnungen wird es dann alles automatisch für euch gemacht. Und da kann ich sozusagen damit so tun, als wäre hier so ein kleiner Hügel drin, indem ich einfach kurz sage, hey, mein normalen Vektor ist jetzt nicht mehr normal senkrecht auf dieser Ebene. Senkrecht wäre blau in dem Fall hier oder dieses komische Hintergrundblau, was wir hier überall haben. Und hier sage ich einfach, mein normalen Vektor, der geht jetzt hier relativ stark nach links oben, dann geht er hier nach, wieder relativ stark nach oben normal und dann geht er wieder nach rechts oben, hier geht er nach unten und hier geht er nach oben. Und dadurch simuliere ich sozusagen so einen kleinen Bobbel, der hier rausstößt. Und das kann ich, ups, das kann ich hier super auch benutzen und dann sage ich einfach, okay, meine normalen, die sind nicht normalen sozusagen, sondern sie sind nach dieser Map hier, also nach dieser Karte anzunehmen. Und dadurch entstehen diese, wenn man, ups, nicht so nah, wenn man diese kleinen Hügel hier sieht, da kriege ich dadurch eben, dass die normale hierher zeigt, hierher zeigt oder hierher zeigt, also einfach nicht standardmäßig nach Y-Richtung, sondern ein bisschen davon abweicht, da kriege ich so Unebenheiten in meinem Körper drin. Und die machen das Ganze erst so richtig hübsch. Also die normalen sind da wirklich sehr, sehr wichtig und die kriegt man auch nicht so einfach. Meistens findet man im Internet zwar viele, viele Goldtexturen oder sowas, aber solche normalen Texturen, die das Ganze eigentlich dann wirklich authentisch machen, die kriegt man leider nicht so einfach. Und da heißt es dann entweder selber machen, das ist ja nicht so allzu schwer, oder man kauft sie sich. Das, äh, ja, ist halt leider nicht anders machbar, aber es gibt auch viele gute Tools, um die zu erstellen. Wenn ihr da drin Interesse habt, dann schreibt ihr mir natürlich wieder mal wie immer. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.